Okay, Jungs. Die erste Frage. Hört zu, Jungs. Die erste Frage lautet, wie viele Einwohner gibt es denn in Deutschland? Frage, Bruder. Frage. 500.000 und sowas. Was sagst du, Bruder? 10. Wie viel? 10? 10. In Hagen oder in Deutschland? In Deutschland komplett Einwohner. 3 Jahre. Ich dachte in Hagen. So, nein, in Deutschland allgemein, Bruder. Boah, schwer, schwer. 10 Millionen, ich würde meine Mutter... Ich würde auch sagen, so 10. Ja, so 13. Wie viele Bundesländer gibt es denn? 16, Bruder. 16, 16. Stark, Bruder. Und jetzt nenn mal 3. Hagen. Hagen. Herdecke. Herdecke. Eine Pertale. Ey, Junge. Stabil, ne? Sehr stark, Bruder. Und sag komm du auch noch 3 Bundesländer. Dortmund, wo Pertal. Von Anhofer. Stark. Macher. Und jetzt du? Haspen. Bennihausen. Und Hollenburg. Sehr stark, sehr stark. So, Jungs. Stellt euch vor, ihr seid einen Tag eine Frau. Was würdet ihr machen? Boah, Bruder. Bruder, auf jeden Fall. Ich hätte viel Geld gemacht. Wallah, sehr. Und womit? Bruder, Gott weiß, ich hätte viel Geld gemacht. Wallah, ich wäre bei Millionär. Gut anziehen und so, weißt du. Bruder, und jetzt kommen wir mal zum Thema deine Schuhe. Meine Schuhe? Was ist mit meinen Schuhen? Was denn? Was sagst du dazu, dass du das so machst? Wieso machst du das? Bruder, weil ich mach die dreckig, ehrlich. Echt? Ja, ich hab die 3 Monate guck. Warte. Boah, noch weiß. Ja, aber... Bruder, jetzt hast du doch aufgemacht. Ja, ich nehm gleich, ich kauf neu. Aber ist das guter Trick? Ja, ja. Kommt nichts dran. Ja, ja, kommt nichts. Nächste Frage, Jungs. Johannes, deine Eltern, haben 3 Kinder. Trick, Tick und... Trick, Mic, Trick. Was? Na, nochmal. Was hast du gesagt? Sag doch mal. Warte, warte, warte. Was hast du gesagt? Johannes' Eltern haben 3 Kinder. Trick, Tick und... Mit... Trick, Tick und... Trick, ne? Hm? Was? Du, komm her, Bruder. Johannes' Eltern haben 3 Kinder. Trick, Tick und... Schmick. Was? Schmick. Schmick? Schmick, schmack, schmick. Ich weiß nicht. Schmick, schmack, schmack? Ich weiß nicht, Bruder. Wenn ein Ei 5 Minuten zum Kochen braucht, wie lange brauchen dann 5 Eier? Natürlich 5. 1 Minute. 5, alle, normal, gleich. 1 Minute, ne? 1 Eier, 1 Minute. Wieso ich das sage? Kein Deutsch, Bruder. Hör zu. Wenn ein Ei 5 Minuten braucht, wie lange brauchen dann 5? 5. Warum 5? Das sind Dings, in einer... Dinge, wie heißt das? Topf. Ja, wie lange... Ja, ja. Bruder, wo warst du zur Schule? Da war nicht mal Schule. Was sagst du als Antwort? Wir machen das gleich. Wenn einer 5 Minuten, 5, dann 25 Minuten. 25, ne? Siehst du? Nein, nein. Doch, voilà 25. Nein, seid ihr dumm? Bisschen dumm. 5. Bruder, 25. Nein. Wallah, für 20. Ich würde, wenn ich sage, ich würde, dann 25. Welche Vögel legen denn keine Eier? Vögel, die männlich sind. Ich weiß das, aber ich habe vergessen, ehrlich. Ich weiß selber nicht. Bruder, bei dir war richtig, ja, ehrlich. Ich schwere, war richtig, ehrlich. Ja. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30. Aber wie viele Monate haben 28 Tage, Bruder? Zwei. Zwei? Welche zwei? Januar. Und? Januar und Oktober. Ihr ist richtig, Jungs. Stark. Ey, ihr seid stark, ja, Jungs. Ihr hättet nicht gedacht. Ey, wir sind normal. Stark, Jungs. Wie viele Erbsen passen in ein Glas? Was ist Erbsen? Was ist Erbsen? Wie viele Erbsen passen in ein leeres Glas? Wir wissen nicht, was ist Pepsen, diese Bruder. Wie heißt diese? Wie heißt diese? Was ist das? Erbsen. Zehn Stück. Zehn Stück? 20. 20. Und du? Ich kann leben, Habibi. Was ist Erbsen, Bruder? Es gibt viele davon. Wallah, keine Ahnung. Habibi. 100. 20. Aber eigentlich nur eine, weil dann ist das Glas nicht mehr leer. Ja. Ja. Okay, Jungs, ich hab mal so einen kleinen Witz. Ja. Was sagt eine Paprika zu einer Pizza? Paprika Pizza? Paprika Pizza? Keine Ahnung. Gere gere haja. Haja, baby. Chimi, legwaltig. Gange mir da rein. Nochmal zu dir. Pizza, Paprika. Ich hab doch gesagt. Überleg mal, war fast richtig. Ja, Pizza mit Paprika? Na, fast. Soll ich mal auflösen? Ja. Cheese. Allah, ich bin so deutsch. Ich weiß selber nicht, was ich denke. Bitte mach Schule. Ihr musst lernen, weil... Guck mal, wir können kein Deutsch, nichts nicht verstehen. Hier rein, hier rein. Ich will nicht erst lernen, aber mein Deutsch ist immer noch nicht gut. Aber ich weiß nicht, warum. Was würdet ihr machen, wenn ihr seht, wie eure Freundin fremd geht? Wie würdet ihr reagieren? Allah, Bruder. Direkt schlagen. Nee. Und Jungs, ihr seht... Ihr seht... Du, bei mir fremd. Habibi. Tschüss. Ja, ehrlich? Ja, und... Und die Box hier. Und überlegt, der Typ ist noch da. Was würdet ihr machen mit denen? Nee. Ihn schlagen, aber sie nicht. Ich hätte meine Freunde angerufen. Die zwei. Und dann auf den Typen? Ja. Direkt? Wallah, direkt. Nicht abstichen. Kaputt, alles. Was willst du machen? Oh, Bruder, Schleckerei, Bruder. Normal. Was ist der Sinn des Lebens für euch? Was ist sinnlich? Ich weiß, Bruder. Ich weiß. Okay. Jobcenter. Jobcenter. Jobcenter, Habibi. Kindergeld. Jobcenter. Viele Kinder. Wichtig. Wallah, Jobcenter. Hey, Jungs, guck mal, jetzt sagt mal alle einen Satz, die ihr sagen würdet, wenn ihr auf einer großen Bühne stehen würdet. Ich bin eine Zigeuner, Bruder. Ja, Bruder. Ich bin ein Zigeuner, Bruder. Auch ein Zigeuner, Bruder. Habt Spaß. Okay, Jungs, wollt ihr noch irgendwen grüßen? Ja, 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 ich grüße Tiralija. Ich grüße auch Tiralija. Und ich grüße den Jenny, Jenny, meine Freundin. Jenny! Jenny! Ich grüße Morokar. Okay, um zu sagen, ich grüße euch herz. Morokar. Danke, Bruder, ich grüße euch herz. Ich war best, du bist ehrlich. Ja, du warst ja krass, aber ehrlich. Bo, der war gut, war klar. Ciao, ja. Jungs, haut rein, hab's ihr herz. Ja, wir sind hier mit denen. Milano Parfüm. Let's go. Was ist denn deine Meinung zu Hagen? Hagen ist eine tolle Stadt, mal gewesen. Jetzt wird es ja immer schlechter in den Wegen. Und ich würde nichts mehr von Hagen halten. Also in der Zukunft weg aus Hagen. In welcher Hinsicht schlechter? In einer Hinsicht, wir sind immer voller. Und integrierte Menschen sind nicht mehr hier. Es ist zu 90 Prozent eine arbeitslose Stadt geworden. Viele möchten nicht arbeiten. Die Jugend chillt in Ecken. Die machen nichts Besonderes, außer rumzuchillen. Und ich finde das halt nicht so in einem enormen Bereich. Würdest du sagen, Hagen ist kriminell? Ja, es geht. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass Hagen richtig kriminell wäre. Man hört jetzt nicht tagtäglich nichts wie in Düsseldorf oder Köln, große Städte, was da abgeht. Insofern ist Hagen jetzt nicht so kriminell, nein. So, Bruder, buchstabiere doch mal das Wort. Psychiatrie. Psychiatrie? Ja, richtig stabil. B, S, Y, Anton, Cäsar, H, T, R, wie Richtfried, Anton, T, R, I. Richtig, Bro, sehr stark. So, jetzt eine kleine Quizfrage. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30. Aber wie viele Monate haben denn 28 Tage? Soweit ich weiß, ist das der Februar. Das ist der zweite. Monat? Also würdest du sagen, ein Monat? Ein Monat? Sicher. Lass mich nicht lügen. Überleg nochmal ganz genau. 28 Tage. Wir haben den Februar. Das ist safe. Ja, ist richtig, Bro. Ich wollte mir ein bisschen kurz was sagen. Wenn ein Ei fünf Minuten zum Kochen braucht, wie lange brauchen dann fünf Eier? Fünf Minuten. Warum? Weil das auch in einem Mehrzahl, ob du jetzt ein Ei oder fünf Eier, in einem Topf, in fünf Minuten. Sehr stark. Einfach zu schlau hier. Johannes, seine Eltern haben drei Kinder. Trick, tick und? Trick, tick und? Trick, tick und? Überleg mal, Bro, du weißt das. Trick, tick? Weiß ich nicht. Das muss nicht passen. Trick, tick und? Weiß ich nicht, echt. Johannes. Hast du gecheckt? Ja, jetzt. Erklär mal. Ja, weil Johannes, warte mal, Bruder, das ist nur cool. Bruder, ja. Das ist dein Herz. Bruder, stell dir vor, du siehst, wie deine Freunde fremd geht. Wie würdest du reagieren? Wie ich reagieren würde? Wie soll ich reagieren? Ja, was würdest du machen? Ich würde wissen wollen, warum, weshalb. Und wenn das halt nicht passt, dann ist das so. Würdest du aber verlassen, ne? Ja, ich würde dich verlassen, safe. Wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Boah, du fragst mich Fragen, Bruder, da muss ich passen. Überleg mal, Bro, komm, rate. 22? Ja, fast, aber stark, war nah dran. 26. Wie viele Einwohner gibt es denn in Deutschland? Boah, weiß ich nicht. Schätz mal, so prima Daumen. Prima Daumen, zwei Millionen. Ja, Bruder, stark, oha. Jungs, ja, nehmt euch mal ein Beispiel, er ist ein Macher. Wie viele Bundesländer gibt es denn? 16. Nenn uns mal drei Stück. Düsseldorf? Düsseldorf, ja, in Düsseldorf. Zwei noch? Rheinland-Pfalz? Ja. Und Niedersaard, Rheinland-Pfalz, Düsseldorf, also NRW, Norden und Sachschnull, Schleswig-Holstein. Stark, Bro, richtig. Sehr stark.